Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Fussball Challenge hier. Ich muss den Pfosten berühren. Ich muss Pfosten machen. Und jetzt gehen wir. So Leute, ich muss die zweite Stange muss jetzt Pfosten machen. Challenge lautet jetzt. Leute, fragt ihr, wieso habe ich den Ball? Weil ich habe keinen einzigen Ball. Also fein. Also ich habe einen harten Ball. Deswegen habe ich das, Leute. Nicht wundern, dass ich den Ball haben wollte. Weil, ja, ich spiele auch mit diesem, weil ich möchte einen harten Ball, weil sonst geht es kaputt. Also fragt ihr nicht, wieso habe ich den Ball? Jede fünf Schüsse habe ich. Und jetzt ist es zweiter. Jetzt ist es dritter Schuss. Jetzt kommt es vier. Leute, ihr müsst mir auf Insel folgen. Das heißt, da heisse ich jetzt Pavonen, Bodenstrich, Bodenstrich, Giuseppe mit so einem Snapchat Profilbild. Leute, ihr müsst das Video liken. Das Video teilen. Also, wenn ihr WhatsApp habt, dann müsst ihr das schicken. Kollegen und ja Leute und Glock aktivieren. Das sind die dringend. Und jetzt mache ich mit Ansagen. Gehen. Da Pfosten. Seht ihr. Da. Den. Mit Ansagen, Leute. Nur für euch macht ihr das Video. Nur für euch. Na. Noch mal fünf. Komm. Wieder von null. Wieder von null. Komm. Bang. Bang. Du sagst, du schaffst es. Oder auch. Nichts. Wie viel sind das überhaupt? Drei. Und jetzt kommt der vierte. Vierter Schuss. Ich hab's getroffen, Leute. Ich hab's getroffen. Ich hab's getroffen. Seht man das? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, mein Fuß ist weg. Aber das schau ich nochmal an. Fünfe. Und jetzt, Leute. Ich muss jetzt eins gegen eins machen, Leute. Ich darf jetzt. Ich muss Tore schießen. Fünf Tore mach ich jetzt. So. Ich muss jetzt Folgen machen. Ich muss die Wand. So machen. Und dann muss ich schiessen. Okay. Machen wir. Ried dafür. Pfosten. Das gibt's wohl nichts. Die Challenge ist doch vorbei. So. Labona. Pfosten, Beide. Machen wir so. Und jetzt passen. Posten, was ist das? Posten, was ist das? Posten, was ist das? Posten, wie wird das? Sieben. Und jetzt muss ich Leute, ich muss so und dann muss ich schießen Oh mein Gott 1-0 Boah Molly Fuck 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 Was ist das los? Foster, so Ah Leute Letzte Fußball-Challenge, es gibt drei Fußball-Challenge, es ist kommt das letzte, dritte, dritte, jetzt muss ich einzigige 1. Also es geht, also 1 gegen 1 geht doch nicht ab, aber ich mache alleine 1 gegen 1 und der Torwart ist auch mit dabei. Der Torwart muss versuchen, dass keine Tore fällt. Ich muss fünf Tore machen. Okay? Los geht's. So. Und jetzt kommt der Gegner. Jetzt kommt der Gegner. Jetzt komme ich dran und dann mache ich das zweite Schuss ins Tor. 1-1 zu 0. Gegner kommt. Gegner. Und 2-0. Leute, wenn ihr nochmal möchte, dann schreibt mir auf Instagram, dann schreibt mir auf Instagram, Kommentar, dann vielleicht mache ich den Fußball-Kollegen-Challenge und dann werde ich gewinnen. 3-0. 3-0. Leute, dreimal hintereinander. Ich habe ihn denn. Ja. So, vierten und. Nein, ich habe verschossen. Das heißt, wie das von Anfang. Immer daneben muss ich von Anfang. Das gibt es wohl nicht. BAM! BAM! 1 zu 0. Dankeschön! Dankeschön! Nein! 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 Das sind Zweifel hintereinander. Das geht's wohl. So, так. Kennt ihr diesen Challenge? Das machen wir so. So. Und ein Zoll. So. Die Challenge geht. So. Das muss ich so machen. So Leute, mit Ansage jetzt fünf. Ihr werdet jetzt gucken, oder? und jetzt geht er ansage 5 so gut gespielt nein das war jetzt eine nicht gut also jetzt kommt zweiter einzeln von mir das gibt es wohl nicht wenn diesen challenge ist die erste dann aus dem zwar nein nicht schon wieder nein es kann doch sein forst kommt jetzt immer 0 und 1-0 1 2 3 mit ansagen leute ich mache mit ansagen 5 4 5 letzten das war es nachher mit diesem video das war's mit diesem video link liken aktiviert die glocke und das war's wir sehen uns im nächsten video und ciao bis